Ach, Jove, weißt du noch damals, wie alles begangen? Oh ja, da sagst du was. Wir waren so jung, unerfahren und voller Hoffnung. Aber hey, wir hatten auch ein paar Technikprobleme. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, im letzten Video haben die Videosequenzen des Spiels ein bisschen gehakt. Und plötzlich fing das an, meinen PC rumzuspacken. Und das wurde immer schlimmer. Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt wird da auch noch Doppelmusik abgespielt. Merkwürdig. Und natürlich auch eine ganze Menge Spaß. Lauf kleiner Sklave, lauf! Tür auf. Mach auf die. Na komm, mach die Tür auf. Mach die blöde Tür auf. Genau. Hallo. Ich werde das jetzt machen, werde ich das hier. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alle aus dem Weg. Das war ja so knapp. Ja, du bist der König. Nein. Ja! 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 Da schießt einer! Da schießt einer! Okay. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin so aufgeregt, dass du sehr in die Tür stehen. Ja! Ganz ruhig. Wenn ich nicht schaffe ... Ja! Ja! Muht! Ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020